Guten Abend, guten Morgen, wann auch immer Sie diesen Film sehen. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem Film geht es um den MDAX. Den letzten Clip dazu habe ich gemacht Anfang September, deswegen jetzt ist ein Monat rum, können wir mal wieder schauen, was der Freund so alles gemacht hat. Und er hat schon eine insgesamt sehr interessante Bewegung hinter sich. Ich will mich gar nicht großartig hier mit diesem ganzen Bereich aufhalten, außer dass ich die Fibus gezogen habe von Mitte August hoch bis zu dem letzten Hoch, was wir hier hatten, so um den 12. September rum. Mir geht es um Folgendes. Auf den ersten Blick fällt mir auf, die Bänder sind insgesamt weiter zusammengegangen. Als ich vor einem Monat den Film gemacht habe, da waren die hier doch schon heftigst auseinander. Sie sind erheblich zusammengegangen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Das war am Mittwoch letzter Woche, parallel zum DAX. Hat der MDAX einmal so einen richtigen Ausschüttler gemacht, fast bis zum 50er Retracement von dieser Bewegung hier, von Mitte August hoch bis Mitte September. Fast dran, 50 Punkte waren das. Das ist beim MDAX nicht viel. Aber wir sind außerhalb des unteren Bandes gewesen und wir haben wieder drin geschlossen mit einer hammerartigen Kerze. Finde ich sehr gut. Durch diese Bewegung und auch schon zwei Tage vorher haben wir dieses Gap hier geschlossen. Das heißt, der Chart ist überwiegend sauber. Dann hat er die klassische Korrektur gemacht und ist bis heute zum 20-Tage-Linie gegangen. Wirklich punktgenau dran und schließt auch dran. Das ist der Klassiker. Das hatten wir beim DAX auch. Beim DAX sind wir vom oberen Band runter bis zur 20-Tage-Linie, sogar noch ein bisschen drunter. Und hier haben wir es so gemacht, dass wir von unten hoch zur 20-Tage-Linie. Da stehen wir jetzt momentan und schließen auch dieses Gap, was wir hatten am 20.09. Das haben wir auch geschlossen. Das heißt, der gesamte Chart ist sauber. Diese Strategie, dass ein Wert außerhalb des Bandes geht, aber dann deutlicher innerhalb des Bandes schließt, können Sie auch nachschauen auf YouTube bei meinem sehr geschätzten Kollegen Wieland Ahlt. Er nennt das Expander-Strategie. Das sind relativ kurze Filme, Viertelstunde, 20 Minuten. Da erklärt er das auch, sodass das hier ein bisschen auch einen edukativen Charakter hat. An dieser Stelle schönen Gruß an Wieland. Jetzt sind wir hier an der 20-Tage-Linie. Der Chart ist sauber, dieses Gap ist zu, da, dieses Gap ist zu. Das heißt, rein vom Chart habe ich jetzt hier momentan nicht viel. Es ist kein frisches neues Signal. Wir sind in der Mitte der Bände, aber ganz genau an der 20-Tage-Linie. Was mir gut gefällt beim MDAX ist zum Beispiel das MACD. Die Balken werden kürzer. Das ist positiv. Und das in Verbindung mit einer positiven Stochastik lässt mich vermuten, dass der Junge Lust auf mehr hat. Ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt irgendwo auf 27.000 gehen. So vermessen bin ich da nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er das Band hier komplett ausfüllt. Bis hoch in den Bereich von 26.300 rein. Das kann er sehr gut machen. Der Vorteil von dieser letzten Korrekturbewegung ist der, dass ich den Stop, das letzte Mal hatte ich den hier unten angelegt, bei 24.400. Dass ich diese Basis erheblich hochnehmen kann. Und zwar hier auf unter 25.200. Ich habe dazu folgenden Schein gefunden. Das ist dieser hier. Das ist ein Basis 25.093. Das ist von Goldman Sachs mit der Kennnummer GB18PH. Gustav Bertha 1.8 Paul Heinrich. Das ist ein Open-End-Schein. Hat im Moment einen 31er Hebel. Denn dieser Hammer hier, wenn er denn mit Schlusskurs unterbieten werden würde, das wäre natürlich negativ. Ganz klar ist meine Ansicht falsch. Aber das ist jetzt die neue, gute und wichtige Unterstützung, die ich habe. Ich muss mir keine Scheine mehr mit einer weit weg Basis hier unten irgendwo suchen. Sondern ich kann das hier rein machen. Für den Put muss ich mir eine Basis suchen, die hier oben drüber liegt. Über dem letzten Interimshoch vom 25.07. bei 26.402. Da muss ich mir einen suchen, der oben drüber liegt. Wäre momentan nicht meine erste Wahl der Put, sondern eher der Call. Trotzdem nenne ich ja ganz gern einen. Und das wäre dieser hier. Basis 26.470. Da sind wir also rund 70 Punkte über dem letzten Hoch. Oder vielmehr, wenn man das als letztes nimmt, dem vorletzten Hoch. 26.470. Das ist von Goldman. Die kennen immer Gustav Marta 2EZ9. GM2EZ9. Das wäre dieser Schein dann hier. Der liegt also hier oben drüber. Sollten wir das schaffen und das überbieten, dann wäre, ich nehme mal hier die Box raus, eigentlich alles relativ frei bis in den Bereich 27.000. So weit möchte ich nicht gehen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Aber kurzfristig bin ich der Meinung, der Junge hat weiterhin Lust, noch ein bisschen weiter hoch zu gehen. Und ich kann mir ein Ausfüllen des oberen Bereiches des Bandes sehr gut vorstellen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.